Leute, willkommen zurück hier bei Valheim. Ja, ich habe Offscreen mal ein bisschen rumprobiert bezüglich der Stabilität des Ganzen. Und ich habe es mit Steinen probiert, dass ich solche hier Säulen anbringe. Okay, das hat das Ganze jetzt nicht so gut gestützt, deswegen habe ich das zwischenzeitlich auch mal hier mit denen ausprobiert. Und damit hat es eigentlich ganz gut geklappt. Von daher würde ich jetzt doch einfach mal das so machen. Ich weiß, das Eisen wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Das machen wir jetzt einfach einmal hier ringsherum. So, schaust das Eisen weg. Genau, hier sind die zwei Steine noch. Die wir gerade entfernt haben. Dann würde ich die Steine wieder mal hier wegpacken. Dann nehme ich dich noch mit und mal nochmal ein bisschen Holz. Gib mir mal nochmal ein bisschen mehr Holz. Das Problem ist ja, dass es hier nicht die nötige Stabilität hat. Aber das müsste normalerweise lösbar sein, das Problem. Wir können es jetzt einfach mal so ausprobieren. Okay, das reicht doch zum Glück. Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall besser hält. Gut, hier drüben müssten wir vielleicht noch ein bisschen improvisieren. Mal schnell mal schnell mal schnell einen Sack voll Steine und dann klatschen wir jetzt nämlich da drüben das auch mal hin. Es könnte sein, dass wir dann in der in der Mitte nochmal welche brauchen. Gut, da machen wir natürlich dann auch noch den Deckel drauf. Das ist jetzt nur dazu, dass wir hier wieder rauskommen, falls wir runterfallen sollten. Können wir uns mal überlegen, wo wir natürlich einen Kellerabgang bauen. Klar, wir könnten jetzt entweder sagen, gut, wir machen das hier weg und graben uns hier runter. Das ist ja praktisch von da unten auch runterlaufen. Hier ist der Eingang, hier würde ich dann wie so eine große Halle haben wollen. Oder wir machen wirklich irgendwo im Eck. Stein habe ich denn noch. Lass uns mal ein bisschen Stein noch mitnehmen. mal nur rein theoretisch unten gucken. Kostet halt dementsprechend natürlich auch einiges an Stein, wenn wir jetzt hier so eine Treppe bauen. Das Problem ist natürlich... Achso, du hebst sogar, weil ich dich an die Wand genagelt hab. So, dann machen wir das nur mal wo und dann machen wir mal euch drei weg. Das habe ich mir jetzt gedacht, dass ich das dann ein bisschen versetzen müsste. Also, wir wollen tatsächlich nur so eine kleine Treppe. Wobei man dann schon eher sagen müsste, man müsste eigentlich hier mit der Treppe anfangen. Schauen wir mal, ob die Treppe jetzt so auch halten würde. Mal gucken, ob die Treppe, die hält. Genau, aber da kommst du dann natürlich... Bist du hier natürlich im Weg. Also, dann müssten wir die Treppe noch eins weiter hinter machen. Achso, dann ist er hier wahrscheinlich wieder im Weg. Aber wir können sie einfach mal ausprobieren. Klar, man könnte das Ganze natürlich... ...auch mit dem Teleporter machen. Aber im Endeffekt muss die Treppe hier aufhören, weil sonst kommt ja da hier schon wieder der Kollege an. Hm. Jetzt nur, wenn ich dich weg mache, glaube ich... Okay, jetzt schaut immer noch alles genauso stabil aus. Von daher... ...lassen wir es doch jetzt so. So. Kann man halt dich hier wieder zubauen. Mal schauen, komm ich da... Na, da werde ich nicht runterkommen, wenn ein Stein dran ist. Aber man könnte für das Ganze mal noch... ...dass es von oben ein bisschen... ...klar, du halte ich natürlich nicht. Weil du dann nirgends aufliegst. Und du halte ich dann auch nicht, oder halte ich du schon... ...nirgends aufliegst. Hm, gut, das kann man vergessen. Das sieht jetzt irgendwie... ...aber es wird halt von oben besser aussehen. ich glaube tatsächlich dass wir es jetzt so mal fürs erste hier lassen dann ist es nämlich ein recht kleiner schlichter gang den kann man bestimmt auch noch irgendwie gut verstecken wir könnten hier nur so eine kleine schmale ding als treppe hinbauen genauso lassen wir es auf jeden fall ja ich glaube das könnte ganz gut werden jetzt ja unten wollten wir dann wie gesagt hier die hier ist alles im grünen bereich hier wird es ein bisschen gelb sprich in der mitte brauchen wir noch ein paar stützen vier an der zahl hätte ich noch im angebot machen wir das doch mal noch schnell sprich eine seite können wir noch abstützen würde ich dann nämlich auch mal noch probieren klar wir können das natürlich die mitte nehmen definitiv gut klar zur not können wir das jetzt natürlich noch an auch hier noch mal machen und hier noch mal machen das eine eisen brauchen auch nicht aufheben dann können wir es genauso gut gleich mal hier hin machen auch wenn es jetzt nicht sonderlich viel bringt ein bisschen eisen haben wir noch aber natürlich nur noch minimal dann hätte ich wirklich irgendwo auch gern hier so gitter gemacht ich weiß es natürlich nur noch nicht ob ich das in der mitte mache ich hätte dann unten gern stimmt das könnte man eigentlich auch machen das wäre ich auch eine coole idee wenn ich hier so die einzelnen dinge als als zellen hernehmen würde ja stimmt ich könnte auch rein theoretisch könnte ich denn gut so halb geht natürlich eigentlich nicht was ist denn zwei eisen dann geht mal doch noch mal schnell her ich muss schnell was ausprobieren wenn ich dich jetzt sein trete ich hier hinset hä wo ist jetzt das andere eisen hin hä lol lass es oben liegen da liegt irgendwas naja ok gut passt wenn ich dich hier hin baue kann ich dich dann irgendwie ja das wird sogar gehen ich glaube tatsächlich dass ich mal echt noch viel stein farmen werde freunde dann werde ich den boden hier mal einmal noch ringsherum so machen ja dann haben wir hier tatsächlich schöne räume und hier können wir dann wie so schöne zellen machen gut was ich dann da rein tue ist die nächste frage aber ich glaube das könnte auch ganz cool aussehen so du kommst natürlich wieder dahin ja genau so werden wir es machen und nicht anders gut soviel dazu zu der idee dann habe ich noch hier oben ein bisschen rumprobiert das ganze würde ich euch eigentlich auch mal noch gerne zeigen wollen gehen wir mal schnell noch hier hoch und zwar ich habe jetzt hier so ein kernholz vorgebaut und in der hälfte das einrasten lassen jetzt steht das auch tatsächlich so wie ich es wollte stimmt das können wir mal noch schnell mit kernholz mal ringsrum bauen weil dann können wir nämlich sobald wir den bär haben gleich damit anfangen so achso kollege werkbank ich sollte mich angewöhnen einfach mehr werkbänke zu bauen das ist ja sonst echt immer sowas von nervig so werkbank ach du bist jetzt zufrieden aber wieso ist jetzt hier der abstand genau ach ne stimmt jetzt wieder wobei das echt wieder gar nicht so leicht wird weil ich glaube sogar du musst dann so stehen das ist wie hat das wieder gemacht dass das einrastet ich glaube ich habe es tatsächlich auf gut glück gemacht vorhin Irgendwie so glaube ich einfach nur Okay Genau, ist jetzt noch ein bisschen weiter rüber gemisst Aber dadurch sage ich mal Das muss ich auch mal hier noch anders machen Dadurch kann man das nämlich genau schön So machen wie ich es haben wollte Dass es ein bisschen drüber geht Genau, Perfekto Dann mit dem, werden wir hier das Feuer, 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 wo haben wir es denn? Ich weiß natürlich nicht Das wird hier wahrscheinlich nicht reinpassen Und das muss man ja glaube ich auch auf Bestem Untergrund bauen Von daher werden wir wahrscheinlich In der Mitte wieder Entweder Eisen nach oben bauen Weil ich sage mal, wenn ich es hier reinbaue Bringt es mir auch nicht viel Weil dann habe ich hier zwar Licht Aber ich glaube nicht, dass das da oben sonderlich gut ankommt Von daher wäre das glaube ich sinnlos Wenn wir das so machen würden Aber wir brauchen ja auch der Wie ihr wisst Jetzt gehen wir mal schnell pennen Und dafür habe ich tatsächlich noch Noch mal hier ein neues Portal gebaut Wenn wir es uns nochmal woanders hinbringt Dann schauen wir doch gleich mal Und zwar selbe Insel Nur die andere Seite Genau und hier ist das Tear Okay, da kämpft wieder Ein Loks gegen das Tear Monster Die Loks erfüllen ihren Teil Den Rest erledige ich So Ne, war das gerade nicht Ach doch, die waren zu zweit Okay, der andere ist da hinten Jetzt schauen wir uns mal geschmeidig von der Ferne aus an Wer hier gewinnt Wo kann ich denn Ah, ne, kann ich nicht Ich hätte nur gerne interessiert Wie viel Leben die denn noch haben Oh, was liegt denn da alles rum Hä Was ist denn das? Ach, die sind Knochen, oder? Naja, was sind Knochen? Gut Wie wir das jetzt mit dem erhöhen Stein und Werkbank Will ich jetzt mal wirklich ausprobieren Stein und Werkbank Vielleicht kann man mal da zur Seite legen Wir brauchen Steine und eine Werkbank Wenn ich das einfach nach Hochbau Läuft dann der Tear ab Ja, der mag schon ablaufen Aber im Endeffekt Müssten doch dann normalerweise die Tear-Klötze einfach mit abfließen Und dann Finds mir ja im Endeffekt doch wieder nichts Außer ich denke gerade falsch Weil die sind ja fest im Tear Wenn der Tear abfließt, fließen die mit ab Und dann liegt ja der Klumpen wieder im Tear Aber jetzt schauen wir einfach mal Vielleicht Klappt's ja doch So Ja, Bro Gut Gut, dann musst du halt leider sterben Wenn unbedingt willst Ich wollte dich ja eigentlich am Leben lassen jetzt Aber Wie schaut's eigentlich bei dem Kumpel aus da drüben Ach, der ist auch fast hinüber Dann nehmen wir den natürlich auch mit Lecker Loksfleisch Brauchen wir sowieso für die Loks-Pastete Gut Gut, dann nehmen wir das Zeug hier noch mit Was immer hier alles rumliegt So Genau Jetzt kommen wir hier mal Das ist hier nicht möglich Hier scheint mir tatsächlich Doch gar keine so schlechte Idee zu sein Eventuell Nein Ich muss dann erst die Teile hin Okay, aber man muss tatsächlich Wenn man es so macht Aufpassen Wo die Klumpen sind und wo nicht Weil jetzt weiß ich natürlich nicht mehr Wo das Wo das Zeug war Das ist halt der Nachteil an der Sache Aber Jetzt wissen wir das Ja, jetzt müsste es ja rein theoretisch Hier drüben auch Einfacher gehen Oder aber auch nicht Ich würde sagen Es ist nicht ganz schlecht Aber ich glaube tatsächlich Wenn man es ablaufen lässt Ist man da glaube ich Auf der sicheren Seite Hunger haben wir auch schon wieder Und vor allem Es kostet halt auch Ziemlich viel Stein So kann ich das jetzt nicht mitnehmen Ja komm Die Knochen brauchen wir nicht Steckt dem Tear fest Lol Auf der anderen Seite Das Ganze führt her Jetzt halt wieder die andere Frage Ob sich das alles lohnt Ja, wenn man sagt Gut, man macht das einfach so Mit den Steinen Wie wir es gerade gemacht haben Man muss wenigstens davon ausgehen Dass Man Ja, wahrscheinlich Den Großteil erwischt Und Und ganz ehrlich Ob das jetzt Sag ich mal Fast alles sind Oder nicht Ich glaube tatsächlich Dass das Was schon egal ist Was schon egal ist Was machen wir Das eine Mal noch so So Lassen wir mal die ganze Plürre Jetzt da reinlaufen Gleich Jetzt stecken wir natürlich wieder fest Und die Runde war nice Aber klar Die bekomme ich halt jetzt Trotzdem nicht mehr Normalerweise Nee Denke ich nicht Dass ich das noch Irgendwie retten kann Gut Den Herrschaften da drüben Können wir auch mal Noch einen Besuch abstatten Das werden wir auch Definitiv noch machen Und mit 47 Tear Würde ich sogar Behaupten Dass wir das Dach Eigentlich Fertig kriegen sollten Moment Pack mal schnell Das Zeug weg Wenn ich ja gar nicht mehr weiß Was ich wohin hab Oder hab ich jetzt Tatsächlich mein Loksfleisch Und das alles Schon aufgebraucht Offensichtlich Off Na komm Dann haben wir es einfach schnell da rein Das ist der Dingsbum Okay Hatten wir auch nirgends Dann halt Nicht Gut Dann lasst uns schnell Hier wieder 57 Tear Ich denke Das sollte dann Den ersten Turm reichen Ich werde dann Entweder Offscreen Oder hier ist dann noch Bisschen Der nächsten Vor Jawohl Das mache ich Offscreen Dass ich außenrum Den Rahmen hinbekomme Für das Dach Da müsst ihr ja nicht Unbedingt dabei sein Und hier habe ich mir auch Überlegt Können wir entweder Auch vielleicht Hier so ein kleines So ein Ding machen Dass man da nicht lang geht Und dann da unten Glaube ich Mit den Machen wir das da Rüben noch Und das schaut jetzt Hier schon gut aus Von daher Bauen wir das noch zu Dann machen wir hier noch runter Und dann könnte man rein Theoretisch das noch Da rüber verbinden Da müsste es definitiv halten Und entweder Ich werde mit Stein Hier noch alles Innen auskleiden Was aber Ziemlich teuer werden könnte Das denke ich mal Mache ich nicht Weil es sind ja glaube ich Da 6 6, 12, 18, 24, 30 Steine Für eine Reihe Dann brauche ich bestimmt Schon hier 500 Da 500 Und da drüben auch noch Das ist bestimmt 1500 Steine Coole wäre halt Man könnte dann hier Einfach so ein Ding reinmachen Hier und hier Dann hätte man wie so eine Kleine Zelle Könnte man dann hier noch Ein Tor reinmachen In der Mitte Was tatsächlich Ganz cool aussehen Dann könnte man hier Das noch hoch machen Ganz cool aussehen wird Aber das nächste ist ja wieder Da brauchen wir so Unendlich viel Eisen Schon wieder Und entweder ich mache das Immer offscreen Aber offscreen halt Wisst ihr ja selber Ist die Zeit auch nur begrenzt Aber gut Freunde Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich über Eine kleine Bewertung Freuen Und dann würde ich einfach Mal sagen Wie üblich Bleibt gesund Freunde Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Bis dahin Macht's gut Euer Steve B Ciao Bis dahin